Willkommen zu unserer Go 1984 DeepView App. Beim ersten Start führt Sie die Anwendung automatisch zu einem Formular, um die notwendigen Verbindungsinformationen für Ihren Go 1984 Server einzugeben. Tragen Sie bitte die URL, bestehend aus Domainname oder IP-Adresse und Port, sowie Ihre Zugangsdaten, Benutzername und Passwort, hier ein. Mit diesen Daten stellt die App eine Verbindung zu Ihrem Server her und ermöglicht Ihnen, Statusinformationen von Ihrem Go 1984 direkt hier einzusehen. Falls Sie zusätzliche Server integrieren möchten, bietet die App Ihnen diese Möglichkeit an dieser Stelle. Sobald Sie das Eingabeformular schließen, öffnet sich ein neuer Dialog. Hier haben Sie die Gelegenheit, die Kameras auszuwählen, deren Bilder Sie in der App anzeigen lassen möchten. In unserem Fall fügen wir alle Kameras hinzu. Nun befinden wir uns im Live-Modus. Nach der Auswahl der Kameras ist die Anzeigefläche automatisch angepasst und ausgefüllt worden. Dabei wurde die Anzeigefläche initial herausgesoomt. Sie haben jedoch die Kontrolle über das Zoom-Niveau. Mit der Escape-Taste oder dem entsprechenden Reset-Knopf können Sie jederzeit zur Standard-Zoom-Stufe 1 zurückkehren. Um das Zoom-Niveau anzupassen, können Sie die Plus- und Minus-Tasten benutzen oder einfach Ihr Mausrad verwenden. Außerdem ist eine Verschiebung des Ausschnitts mit den Cursor-Tasten möglich. Und vergessen Sie nicht, mit einem Druck auf die Escape-Taste kehren Sie jederzeit zur Standard-Zoom-Stufe zurück. Sobald die Zoom-Stufe auf einen Wert größer als 1 gesetzt wird oder die Maus- bzw. Tastatur bedient werden, erscheint automatisch das Übersichtsfenster. Dieses Fenster bietet Ihnen einen visuellen Überblick über den aktuellen sichtbaren Ausschnitt der Anzeigefläche. Für eine praktische Navigation können Sie das Übersichtsfenster nutzen. Ein einfacher Klick in das Fenster ändert den sichtbaren Ausschnitt und das Mausrad ermöglicht es Ihnen, die Zoom-Stufe direkt in diesem Fenster anzupassen. Je nach Bedarf können Sie das Übersichtsfenster ausblenden oder wieder einblenden. Wenn Sie die Größe des Übersichtsfensters ändern möchten, halten Sie bitte die Steuerungstaste bzw. die Befehlstaste für Mac gedrückt und betätigen Sie das Mausrad. Ein Doppelklick auf eine Kamera vergrößert diese auf Vollbild. Ein erneuter Doppelklick bringt Sie dann wieder aus dem Vollbild-Modus zurück. Zur Verfügung stehen Ihnen 10 Positionstasten, um Ausschnittsbereiche abzuspeichern. Halten Sie die Alt-Taste oder Option für Mac gedrückt, um freie Positionen zu erkennen, die durch ein PIN-Symbol gekennzeichnet sind. Um den aktuellen Ausschnitt zu speichern, klicken Sie einfach auf eine freie Positionstaste. Die gespeicherten Positionen können Sie entweder mit einem Klick oder durch Drücken der zugehörigen Tasten 0 bis 9 ansteuern. Um eine gespeicherte Position zu löschen, halten Sie einfach die Alt-Taste, Option bei Mac, gedrückt und klicken Sie auf das Mülleimer-Symbol. Die rote Linie zur Bewegungserkennung lässt sich an dieser Stelle aktivieren oder deaktivieren. Für weitere Informationen bietet Ihnen die Anwendung eine Statuszeile. Sie können diese Zeile nach Belieben ein- oder ausblenden. Sie liefert Ihnen nützliche Angaben zu Aspekten wie Zoom-Stufe, FPS, Auflösung und Bandbreite. Für PTZ-Kameras haben wir eine spezielle Funktion. Halten Sie im Live-Modus die Steuerungstaste oder die Command-Taste für Mac, gedrückt, erscheinen Steuerungselemente zur Bedienung dieser Kameras. Um den Aufnahmemodus zu wechseln, klicken Sie einfach hier. Die Wiedergabe der Aufnahmen lässt sich an dieser Stelle pausieren und fortsetzen, alternativ können Sie auch die Leertaste verwenden. Den Zeitstempel der aktuellen Aufnahme finden Sie hier. Auch im Aufnahmemodus haben Sie die Möglichkeit, die Zoom-Stufe anzupassen, um Details genauer zu betrachten. Sollten für Kameras keine Aufnahmen zum angezeigten Zeitpunkt vorliegen, werden diese in abgedunkelter Darstellung angezeigt. Innerhalb der Timeline werden die Kameras durch verschiedene Farben unterschieden. Halten Sie die Steuerungstaste oder Command für Mac, gedrückt, um die Farbzuordnung der Kameras hervorzuheben. An dieser Stelle haben Sie die Möglichkeit, den Zeitausschnitt nach Ihren Bedürfnissen anzupassen. Die Anfangs- und Endpunkte des ausgewählten Zeitbereichs werden hier angezeigt. Zusätzlich lässt sich der Zeitausschnitt bequem mit dem Mausrad verändern. Ein Doppelklick auf die Anzeige stellt den Zeitausschnitt wieder auf den ursprünglichen Standardwert zurück. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und verschieben Sie den Cursor, um den Zeitstempel zu ändern. Ein Doppelklick auf eine bestimmte Stelle setzt den Zeitstempel auf diesen Punkt. Durch einen Doppelklick entweder hier oder hier können Sie die angezeigte Zeit übernehmen. Die Aufnahme lässt sich sowohl vorwärts als auch rückwärts abspielen. Bitte beachten Sie, dass alle Kameras dabei synchron laufen. Die Abspielgeschwindigkeit lässt sich an dieser Stelle individuell anpassen. Mit einem Doppelklick auf die Anzeige können Sie die Abspielgeschwindigkeit jederzeit auf den Standardwert einfach zurücksetzen. Im Pausenmodus der Aufnahme ermöglichen Ihnen diese Pfeiltasten, in 100 Millisekunden Schritten vorwärts oder rückwärts zu navigieren. Bei Bedarf steht Ihnen natürlich auch die Zoom-Funktion zur Verfügung, um Details schärfer darzustellen. An dieser Stelle ermöglichen wir Ihnen ein einfaches Navigieren zwischen den einzelnen Aufnahmen. Im Pausenmodus rückt der Zeitstempel automatisch in die Mitte der nächsten Aufnahme. Im Wiedergabemodus beginnt die nächste Aufnahme stets von Ihrem Anfang. Durch einen Doppelklick auf eine abgedunkelte Kamera gelangen Sie direkt zur nächsten verfügbaren Aufnahme dieser Kamera. Ein erneuter Doppelklick bewirkt ein maximales Heranzoomen auf die Kamera. Halten Sie die Steuerungstaste oder die Command-Taste auf einem Mac, gedrückt, um die kamerabezogene Navigation zu aktivieren. Durch einen Klick auf die nun sichtbaren Pfeile können Sie ganz einfach zur nächsten oder vorherigen Aufnahme der ausgewählten Kamera springen. Dabei wird die Timeline automatisch für Sie angepasst. Ein Klick hier setzt die abgespielte Zeit auf die gegenwärtige Zeit. Alternativ können Sie diese Funktion auch durch einen Doppelklick auf diese Anzeige erreichen. Bitte beachten Sie, dass die abgespielte Zeit nie über die aktuelle Zeit hinausgeht, selbst wenn Sie die Abspielgeschwindigkeit erhöhen. An dieser Stelle können Sie die automatische Zoom-Funktion aktivieren. Bei paralleler Wiedergabe mehrerer Kameras passt diese Funktion den Zoom automatisch so an, dass alle Kameras mit vorhandenen Aufnahmen gleichzeitig sichtbar sind. Bitte beachten Sie, die automatische Zoom-Funktion pausiert, sobald Maus oder Tastatur in Gebrauch sind und wird erst nach einer kleinen Verzögerung wieder aktiv. Klicken Sie bitte hier und stellen Sie eine doppelte Abspielgeschwindigkeit ein. In Kombination mit der automatischen Zoom-Funktion erhalten Sie einen optimalen Überblick über alle Kameras, auf denen gerade etwas zu beobachten ist. Indem Sie diese Funktion aktivieren, lassen Sie die Zeitlinien aller Kameras ausblenden, die außerhalb des sichtbaren Bereichs liegen. An dieser Stelle haben Sie die Möglichkeit, den Dialog zur Filterung der Aufnahmen zu öffnen. Dies erlaubt Ihnen, beispielsweise bestimmte Tage zu verbergen oder nur Aufnahmen in einem spezifischen Zeitfenster anzuzeigen. Standardmäßig werden alle Aufnahmen der vergangenen 14 Tage dargestellt. Vorausgesetzt, der angemeldete Nutzer besitzt die nötigen Zugriffsrechte. Zusätzlich haben Sie die Option, einzelne Kameras aus der Timeline auszublenden. Kameras, die gefiltert sind, werden mit einem Filter-Symbol gekennzeichnet. Durch Drücken der Shift-Taste können Sie einfach durch Klicken auf eine Kamera einen Filter setzen oder entfernen. Sobald ein Filter angewendet wird, färbt sich das Symbol hier entsprechend ein. Klicken Sie bitte hier und anschließend hier, um alle Filter zurückzusetzen. An dieser Stelle haben Sie die Möglichkeit, ein Lesezeichen zu setzen. Ein Lesezeichen besteht aus dem Zeitstempel und der aktuellen Zoom-Stufe. Wenn Sie Lesezeichen verwenden möchten, deaktivieren Sie gegebenenfalls die automatische Zoom-Funktion. Lesezeichen sind besonders nützlich, wenn Sie kameraübergreifende Vorgänge analysieren möchten. Sie können ganz einfach zwischen den Lesezeichen hin und her springen. Lesezeichen werden durch farbige Markierungen in der Timeline gekennzeichnet. Hier haben Sie auch die Möglichkeit, Lesezeichen zu löschen. Bitte beachten Sie, dass ein Lesezeichen nur dann wieder angezeigt werden kann, wenn die entsprechende Aufnahme auf dem Server noch vorhanden ist. Um zurück in den Live-Modus zu gelangen, klicken Sie bitte hier. In den meisten Fällen möchten Sie wahrscheinlich die Anzeigefläche anpassen, sei es durch Verändern von Kamerapositionen oder Anpassen der Bildgrößen. Schalten Sie dazu einfach in den Edit-Modus um. Im Edit-Modus wird ein Fenster mit Werkzeugen eingeblendet, das Sie verschieben oder hier ausblenden können. Ein Klick hier bringt das Werkzeugfenster wieder zum Vorschein. Hier haben Sie die Möglichkeit, ein Raster einzublenden oder auszublenden, um die Positionierung der Kameras zu erleichtern. Mit der Maus können Sie einzelne Kameras auswählen. Halten Sie die Steuerungstaste oder Command für Mac gedrückt, um mehrere Kameras auszuwählen. Durch Drücken der Escape-Taste wird die Auswahl aufgehoben. Hier haben Sie die Möglichkeit, alle Kameras auf einmal auszuwählen. Je nach Anzahl der ausgewählten Kameras werden entsprechende Werkzeuge eingeblendet. Wenn Sie genau zwei Kameras ausgewählt haben, können Sie diese hier problemlos tauschen. Dies funktioniert sogar dann, wenn die Kameras unterschiedliche Auflösungen oder verschiedene Größen auf der Anzeigefläche haben. Sie können die Größe einer einzelnen Kamera entweder mit der Maus verändern oder hier über die verfügbaren Werkzeuge. Die App bietet eine komfortable Undo- und Redo-Funktion. Hier haben Sie die Möglichkeit, die letzten Änderungen rückgängig zu machen. Und hier können Sie die Änderungen wiederherstellen. Wenn Sie die Standardvorlage der App wiederherstellen möchten, können Sie dies einfach tun, indem Sie zunächst alle Kameras auswählen und dann hier löschen. Dadurch wird der Kameraauswahl Dialog geöffnet, indem Sie die Kameras erneut auswählen können. Nach dem Schließen des Dialogs werden die Kameras automatisch auf der Anzeigefläche angeordnet. Sie haben auch die Möglichkeit, mehrere Kameras mit Hilfe der Shift-Taste und der Maus auszuwählen. Lassen Sie die Shift-Taste dos und ziehen Sie eine bereits selektierte Kamera, um sie zu verschieben. Bitte achten Sie dabei darauf, dass sich die Kameras nicht überlappen. Wenn Sie mehrere Kameras ausgewählt haben, können Sie diese hier gleichzeitig vergrößern oder verkleinern. Hier haben Sie die Möglichkeit, die ausgewählten Kameras in die lokale Zwischenablage der App zu kopieren. Sie können dann beispielsweise die selektierten Kameras verkleinern und verschieben. Anschließend können Sie die Kameras wieder aus der App Zwischenablage einfügen. Wenn Sie tief in die Verkleinerung heißen zoomen, können Sie bereits jetzt die Leistungsfähigkeit des serverseitigen Renderings erahnen. Sobald Sie mehrere Kameras ausgewählt haben, können Sie diese mit den verfügbaren Werkzeugen bearbeiten, ähnlich wie in einem Grafikprogramm. Dank der Undo- und Redo-Funktion können Sie Änderungen jederzeit rückgängig machen, was es Ihnen erleichtert, sich mit den Werkzeugen vertraut zu machen. Wenn das Seitenverhältnis einer Kamera nicht zum Anzeigebereich in der App passt, gibt es zwei Optionen. Entweder kann das Kamerabild füllend dargestellt werden, wodurch jedoch Teile des Bildes verloren gehen. Alternativ kann das Kamerabild in den Bereich eingepasst werden, wodurch jedoch Render frei bleiben. Am besten passen Sie den Bereich in der App an das Seitenverhältnis der Kamera hier an. Um fehlende Kameras zur Anzeigefläche hinzuzufügen, klicken Sie bitte hier. Es öffnet sich dann der Kameraauswahl Dialog, in dem Sie die Kameras auswählen können. Nachdem Sie den Dialog geschlossen haben, werden die Kameras unterhalb der eigentlichen Anzeigefläche platziert, außerhalb des Übersichtsbereichs. Achten Sie darauf, dass Sie idealerweise alle Kameras innerhalb des Übersichtsbereichs platzieren, um die bestmögliche Deep-View-Darstellung zu erhalten. Öffnen Sie hier den Konfigurationsdialog für allgemeine Einstellungen. Sie haben die Möglichkeit, das Seitenverhältnis der Anzeigefläche hier zu ändern. Standardmäßig ist das Seitenverhältnis auf 16 zu 9 eingestellt. Für die besten Ergebnisse empfehlen wir, das Seitenverhältnis der Anzeigefläche an das Seitenverhältnis der Kameras anzupassen. Idealerweise sollte das Seitenverhältnis im Vollbildmodus dem Seitenverhältnis Ihres Monitors entsprechen, auf dem die App angezeigt wird. Sie können auch die Größe der angeforderten Bilder hier begrenzen, um möglicherweise Bandbreite zu sparen. Eine Begrenzung der Bildgröße kann auch die Leistung verbessern, geht jedoch auf Kosten der Bildqualität. Hier können Sie die Mausradgeschwindigkeit anpassen und gegebenenfalls die Richtung umkehren. Es besteht auch die Möglichkeit, den Wechsel in den Aufnahmemodus zu verhindern. Der Wechsel in den Editiermodus kann ebenfalls durch Passwortschutz verhindert werden. Um zu prüfen, ob Ihre Server ausreichend lizenziert sind, klicken Sie bitte hier. Wenn Sie bis zu zwei Server hinzufügen, genügt es, wenn die Server-Editionen pro Editionen sind. Bei bis zu vier Servern muss mindestens ein Server eine Enterprise-Edition sein. Bei mehr als vier Servern muss mindestens ein Server eine Ultimate-Edition sein. Bei mehr als vier Servern muss mindestens ein Server-Edition sein. Bei mehr als vier Servern muss mindestens ein Server-Edition sein.